Wir sind hier am Set der ZDF Erfolgsserie Notruf Hafenkante und haben Dr. Hase zu Gast. So, dann wollen wir mal schauen, was die junge Dame hier hat. Mir ist so ein bisschen blimmerand. Boah, ich rieche schon. Das war in Kurliebe zu viel gestern, oder? Kann das sein? Ein erhöhter Puls so ein bisschen. Das wird schon wieder gleich noch einen anwesend. Oder Montag. Ja? Geht wieder? Ich glaube, ich bin geheilt. War ein Wunder. Danke, Dr. Hase.